Hallo, wir sind zurück. Ich habe eine Pause gemacht. Verbündete voraus. Wohnmauern von Lothric. Ich habe eine ziemlich lange Pause gemacht. Eine Woche. Ach der da oben. Da oben ging es ja nirgendwo lang, oder? Nö. Ähm, ja. In der Woche, wo ich Pause gemacht habe, habe ich meinen Charakter nachgespielt. Habe jetzt auch den dritten Boss-Foot. Ich möchte ja nichts vorausspielen fürs Let's Play. Habe mir nur ein Video von Krishnak angeschaut, wie geil das PvP-Battle ist. Und dass ja alle aus irgendeinem Grund den Leben rein skilln. Ich glaube, da habe ich noch überhaupt keinen einzigen Punkt einverschwendet. Ich glaube, ich sollte mal die Ausrüstung reparieren. Machen wir mal. Mein Schwert, besser gesagt, reparieren. Und dann geht es zu den Krähenmenschchen. Oder repariert er jetzt? Ach, er repariert tatsächlich automatisch. Der er ist da. Alle anderen sind nicht da. Das ist klar. Na da. Äh, ja. Müssen wir mal gucken, wie wir die Krähenmensch machen. Wir hätten jetzt nicht leveln können, hoffe ich. Nicht leveln? Fuck! Ach, egal. Wenn ich schneller bin als sie, ist das kein Problem. Das ist das kein Problem. Patsch. 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 Das ist das richtig krasse Scheißfinger. Und ich habe auch noch nicht so richtig raus, wie ich euch mache. Oh nü. Oh nein, sie kommen schon. Hm. Ich trinke mal lieber einen Trank. Vorsichtshalber. Das nutze ich jetzt wirklich aus. Oh. Jetzt kommen noch mehr. Oh ja, jetzt kommen sie alle wieder. Ach. Na komm her. Alter, halt die Schnauze da hinten. Hm. Kommt der da hinten. Solange er da drin festhängt, ist mir das, ist das in Ordnung. Solange ich zwei gleichzeitig kommen. Ach, der ist runtergestürzt. Quatsch. Befreie dich. Befreie dich. Quatsch. 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 Wie viele Pfeile habe ich noch? Da schreit ziemlich krass rum. Ähm, ja gut. Komische Geräusche schon wieder, die ich höre. Erstmal gucken, ob nicht hier nochmal einer war. Ich habe jetzt wirklich nicht mehr in Erinnerung alles. Na, Dude. Na, was willst du? Okay, alles gut? Alles klar. Wille eines unbekannten Reisenden. Okay. Okay, so hartzeitiger. Drei Schläge geht. Das ist ein Item. Ja, aber da will ich jetzt noch nicht runter. Äh. Steht hier. Ah. Ich glaube, da muss ich runter. Alter. Okay, ich weiß nämlich nicht. Der wird jetzt wahrscheinlich hier durch dieses Loch hier rauskommen, oder? Na, wo kommt der her? Da drüben stehen halt drei nebeneinander. Ach, komm. Da ist drauf. Ich habe Angst, da runter zu fallen. Ich habe jetzt doch ein paar Sielchen. Okay, zwei Level. Ah, da ist gar keiner. Da ist gar keiner. Der auch immer du warst. Der auch immer du warst. Bist tot. Der auch immer du warst. Banditen-Axt. Drüben ist noch einer. Bandit. Nee, ist da... Ich dachte, da wäre noch einer. Banditen-Doppel-Dolche. Ah, okay. Eine Banditenausrüstung. Äh, nö. Ich höre den Typen. Ich höre den Typen. Bist du meiner? Jawohl. Na, willst du nicht kommen? Von der Brücke hier... ...habe ich Angst. Ah, okay, 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 okay. Die Feind war raus. Ein Feind. Aber eine kleine Titani-Scherbe, die mir nicht so viel bringt. Aber doch, ich könnte die Ausrüstung damit verbessern. Lock ich dich an. Kann ich dich anlocken? Bitte. Jawohl. Ohne, dass die anderen kommen. Ey. Ich habe gesagt, ohne, dass die anderen kommen. Also komm du ran hier. Du Sackkopf. Ja. Ah. Du dich auch. Was ist denn da unten? Kommt der Nebel näher? Okay. Da oben ist noch einer. Das sind scheiß zwei Viecher. Okay. Der eine hat sich selbst ausgelöscht. Katsch. Na gut, wenn sie so freundlich... Der ist rot. Der hat rote Euglein. Rote Euglein, glaube ich, sind nicht so geil. Der ist jetzt egal, ob da noch einer ist. Und tschüss. Danke. Blut. Da. Okay. Neues Gebiet. Okay. Da warte ich noch. Hier wird's wieder den Weg nach oben geben. Wie komme ich denn da runter? Na? So. Moranes Ring. Okay, Moment. Ah, mal ganz kurz gucken. Hoher Wunder von Karim Lern. Und der Ring verstärkt Wunder. Na gut. Wir haben zwar keine äh, keine Frame Drops. Wir haben zwar keine Wunder, aber ist ja auch egal. Okay. Ich glaub, dann wären wir hier fertig. Dann gehen wir mal hier rein. Ha, kommen wir jetzt Gegner? Nee, aber da unten. Wer seid ihr? Ich kann mich nicht anvisieren. Ihr seid gut. Oh Gott, Alter. Er schreckt mich nicht so. Oh, wer bist du? Oh, hallo. Oh, hallo. How do you do? I make it good. I am Henry of Astora. Hello. Unkindled like you. Yeah, hallo. This is Horace. A friend and traveling companion. Okay. Are you two in search of the lords of cinder? Yeah, huh? Yeah. We are well along the road of sacrifices. Below us is the crucifixion woods. Beyond the flooded woods lies Farron Keep, home of the undead legion. Further yet is the cathedral of the deep. We seek the cathedral, home of the grim Aldrich. Okay. We may go our separate ways now, but we are both Seekers of Lords. The next time we cross paths, one may find the other in a time of need. Yeah, okay. Do you have anything to say? Horace, he is not very talkative. Aha. But don't think ill of him. He is an outstanding, kindhearted knight. A fine partner for this grueling journey. Without his help, I would have cursed this onerous duty long ago. We are well along the road of sacrifices. Beyond the flood, we make the next minute. Alles klar, Barry. Blauer Wächter. Alles klar. Alles klar. Ähm. We leveln jetzt mal. Ist ja komisch. Und gucken mal, ob mir nicht der Tuss hier mit den Wundern... Wer bist du? You're an unkindled, aren't you? Ja. I am Sirius of the Sunless Realms, former servant of the Divinity. Duties we each bear, but one's duty is a solitary affair. I doubt we've much to gain from fraternization. Blessing of the Moon upon your journey. Aha. Wer nicht? I doubt we've much to blessing of the... Äh, reden wir erst mal mit der anderen. Ist er wieder da? Nein. Äh, was ist du? Ah, then I am pleased to have a pupil who's dedicated. Ha, ha, ha. Moment. Äh. Do not be gone for long. Kennen die mich gerade alle nicht mehr, oder? Oh, Champion of Ash. Welcome back. Ja, ja, ich bin zurück. Do you wish to hear a tale? Äh, übergib Heiligen Fulianz. Oh, you've brought me a Braille divine tome. Now I can tell new tales of miracles. Tales of the greater miracles can be quite the epics. Okay. What fun we will have. Aha, und was kannst du jetzt? Eilen, moderate Heilung, Auffrischung. Eilt leiden. Bucht. Aha. Ja, wenn ich ein Wunder mitnehmen würde, dann wäre das Stell-TP im Wirka und umgegnen wieder her. Oder das. Moderate Heilung wäre dann wahrscheinlich noch besser. Den. Aber dazu bräuchte ich, ähm, Glaube. Und den habe ich nicht. Ich glaube, mit 13 kommt mir jetzt das Erste lernen. Gucken wir mal. Welcome home, Spik. Very well. Then Tut Hickner. Ja, ja. Komm. Lass mich aufsteigen. Ich glaube, neun. Dann würde ich fast sagen. Gehen wir einmal auf Vitalität, wenn wir schon Leben haben. Ach so, ja. Ach so, ja. Zwei. Dann hätten wir alle Resistenzen einmal erhöht. Ja, Belastbarkeit wird nochmal alles ein Ficken mehr erhöhen. Machen wir es so. Farewell, Ashen One. Ja, ja. Patsch und mehr Leben. Dann würde ich sagen, beenden wir hier die Folge. Also, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ich reise hier schon mal hin und wir sehen uns dann. Tschüss.